hallo und herzlich willkommen liebe zockerfreunde es gab so viele schwierigkeiten mit battlefield 1 und action meinem aufnahmeprogramm dass es jetzt erst funktioniert wir haben eigentlich schon aufgenommen nur wo ich habe schon zwei drei jahren aufnahmen gemacht und dann musste ich in meinem capture programm nachher meinem schneide programm feststellen dass meine mikrofon stimme nicht mit drin war irgendwas in den einstellungen scheiße gelaufen und jetzt müssen wir alles noch mal neu aufnehmen wir haben schon 16 40 das ist richtig scheiße werden bestimmt schon die ersten youtuber auf jeden fall was gebracht haben markus und ich wollen hier jetzt auf jeden fall mal spielen sagen wir es mal so ich glaube noch nicht dass das menü final ist aber ich glaube auch nicht dass sich großartig noch was ändern tut ich finde das eigentlich noch gar nicht mal so schlecht das was ich gut finde als battlefield spieler ist dass endlich der multiplayer part nicht mehr über einen browser extern gemacht wird sondern man kann auch hier direkt wählen über matchmaking oder server browser und das jetzt endlich auch in game ja man muss jetzt halt nicht mehr extra so ein löden ich weiß nicht wieso hier auch noch battlefield 4 coming soon drin ist ja das wird für battlefield 4 auch noch überarbeitet das wäre natürlich auch sicher ist es geil für ps4 und Xbox one habe ich irgendwas gelesen und dann für den pc habe ich auch noch dass dieses menü mit dem in game kommt ja das wäre doch das wäre schon mal geil da habe ich auch nicht mal bekommen cool ist es zum beispiel jetzt auch wenn man hier nach rechts klickt dass man halt hier seine origin freunde hat und sieht wer denn schon mal spielt und so weiter und so weiter und hier unten kann man einfach auf das plus dann drauf drücken und kann seine freunde gleich entweiten und man braucht halt nicht mehr aus dem spiel wieder raus tappen man muss nicht shift f1 drücken etc und das finde ich schon ist schon sehr geil hier unter option ja kann man schon ein bisschen was in den videoeinstellen sehen fullscreen hier unter advance seht ihr auch noch ein bisschen ich habe erstmal alles auf high gelassen ich muss leider dieрипfefe x12 ausmachen weil sonst einfach action und battlefield sich einfach nicht vertragen ich weiß auch nicht ich musste glaube ich meine teamspeak language oder irgendwas musste ich an und ausschalten hier irgendwie damit meine audio stimme auf jeden fall zu hören ist ne voice language kann man nichts machen außer englisch aber das ist ja meistens so in den betas so und wir haben uns jetzt schnell entschieden wir wollen eine Runde Rush spielen. Machst du ein Spiel fertig? Ja, warte. Also, wie gesagt, wir sind schon Rang 11 und was ist kurz zu sagen, es gibt derzeitig zwei Modis, es gibt diesen Rush mit den Bomben, kennt man ganz normal und dieses Capture the Flag. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein Rush-Freund, ist mir immer ein bisschen zu hektisch, ein bisschen zu unkontrolliert. Ich finde Capture the Flag einfach besser, es spielt sich sehr geil. Die Waffen spielen sie sehr, sehr unterschiedlich und sie sind auch nicht vom normalen Battlefield... Oh, wir sind Attacker. Wir sind, wir sind Attacker, okay. So, die Animation auf jeden Fall sehr geil. So, jetzt müssen wir kurz gucken. Das ist überhaupt gegen bei uns. Ich weiß es nicht. Ja, doch, doch, doch. Komm mal, nimm das Fahrzeug, Fogo. Ich bin auch Medic. Okay. Ach, warte. Die müssen wir mal los. Und wir düsen, 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 düsen im Sause-Schritt. Wollen wir B oder A? B. Okay. Komm, aussteigen jetzt hier. Einnehmen. Äh. Äh, wo sind die Feinde? Gib dir Feuerschutz. Ah, fuck. Der hat mich schon heavy getroffen, alle. Oh, ein Sniper hat mich von rechts erwischt. Rechts sind zwei Typen. Einhälber. Steh auf. Wir brauchen jeden, der ist jetzt verteidigt, alle. Ja, ich hab ihn. Ah! Oh, jetzt hat mich die Levis Gun low, wild, Alter, Mann. Bomb Destroy. Ey, da hab ich 400 Dings bekommen, Alter, Mann. Grafisch, wie findest du's bis jetzt? Ich find's richtig nice. Ich find's richtig nice. Richtig nice. So, Marquis. Marquis des Todes. Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ja, komm, lass die letzten Beine hier noch weg. Lass die noch ein bisschen jagen. Ja. Keine Lust, dass die hier uns in den Rücken fallen, wenn wir angreifen. Da oben links sind sie, auf jeden Fall. Ich glaube, wir dürfen auch nicht allzu weit vorrücken. Ja, wir dürfen wir nicht, wir dürfen noch nicht. Das ist doch, dass die Bombenplätze regeneriert werden und die Feinde wieder spawnen können. Da jetzt. Okay, go, go, go. Wollen wir zu B? Ja, da war grad ein Sniper. Scheiße, jetzt bin ich in der... im schnellen Modus. Fuck, Alter. Oh. Ich will einer wegsnipen. Ist mir egal. Oh, da ist er hinten. Ja, da ist er hinter uns. Marquis, Marquis, komm her hier. Weinen doch schon zusammen. Chill mal. Schon tot. Okay, ich komme, ich komme, ich komme. Hey! Okay. Okay. Zu B oder zu A? Zu B. Oh, no. Vergiss B. Wo gehst du hin? Ja, ich hab kein Bock auf das Landschiff. Aussteigen hier. Ich geh zum Dings hin. Ich bin in den Graben, aufpassen. Ich mach die Bombe. Alter. Wir müssen Position einnehmen, aber wir haben unser Landschiff da. Das ist gut. Die Bombe geht gleich hoch. Gleich, das dauert noch ein bisschen, oder? Kommt das Landschiff von den Feinden? Nee, das bleibt einfach da. Von links kommt das Schiff. Oh! Von rechts ist auch eine. Wir müssen die Bombe verteidigen, ich will. Aber unser Landschiff hält sich auf. Von rechts war was gewesen. Bei B. Ja, ja. Alter, wie er einfach nicht sterben will, die Hure. Alter, Jammer. Kill Assist hab ich bekommen. Blätter doch mal die Bombe, Alter. Da ist noch einer drin. Fuck, Alter. Ach da. Warte, warte, warte. Einer ist noch in diesem Kack-Panzer drin, Alter. Ja, sehr geil, Alter. In so einem Landschiff. Ja, das ist schon geil. Das ist schon geil, wenn wir spielen. Deswegen sind wir jetzt ein bisschen gefickt, Alter. Deploy, 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 deploy. Okay. Ich bin wieder zu Hause. Okay, ein Dings ist hier. Bist du am Leben? Ja. Ich mach grad die Bombe scharf. Oh! Die Bombe ist scharf, aber keiner ist bei mir. Um mich zu unterstützen. Okay, ich komm... Wow! Ich komme, ich komme, ich komme. Ah, ich bin tot. Da ist, da ist auch... Da ist keiner... Nein! Da ist keiner dran. Nicht sterben, Mann. Du, nicht zu sterben. Äh... Er geht... Einer geht hin, Alter. Der wird heavy beschossen. Der macht komisch, ich. Yes! Alter. Ich hab ihn, ich hab ihn. Mit unserem Push haben wir das geschafft, Alter. Guter Push. Wow, wow, wow. Okay, ich hab ihn. Hier, Medik, hinter dir. Wow! Was? Oh, diese blöde Origin-Nachricht hat mich rausgekickt, Alter. Wie ich das hasse, Junge. Dieser Scheiß, Junge, Alter. Bin froh, dass mich keine Steam-Nachricht rausgekickt hat, Alter. Jetzt gerade die Origin-Nachricht. Die dürfen mit spielen? Mann, ey! Oh, wir sind immer noch auf den Bergen, Alter. Ja, 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 wir sind ja schon dran. Da ist der Sniper. Mit dem One-Shot-Sniper da. Ich bin hier gerade mit Sentries. Mann, vielleicht verhinkt wird jemand. Ich bin gerade von links so ein bisschen. Über die Bergkuppel. Ey, vier Schüsse sind schon echt krass, Alter. Okay, ich bin oben auf dem Berg. Wir kommen ein bisschen von hinter denen, Alter. Wir müssen jetzt Druck machen. Ich guck mal, ob ich die von oben so ein bisschen spotten kann. Ich bin oben. Eigentlich bin ich auch in der fucking Sniper-Position. Egal, ich mach einfach die Bombe scharf. YOLO. Ich kann leider keinen spotten von hier oben, Alter. Doch, doch. Ja, Mann, ich hab mich von oben schön in den Kopf geschossen, Alter. Das ist schon ein bisschen mies, ja? Geh mich ganz ehrlich zu. Ich muss die Bombe allein verteidigen, Alter. Bist du auf B? Ich bin tot. Wow! Ja. Jetzt sie fusing sie. Nice! Einer hat ihn weggesniped. Und jetzt wird es zu schnell. Ah, ich bin bei A. Objekt destroyed, okay. Wunderbar. Ah, Entschuldigung. Ich hab A geplantet, sorry. Ja, ist doch richtig. Warte. Komm hinter uns schon. Lass B pushen. Okay, ich komm zurück auf B. Du bist da. Oh, kann man hier durch? Keiner. Deck mich von hinten, deck mich von hinten. Der ist oben, der ist oben, rechts oben. Jo, ich hab ihn, ich hab ihn, hab ihn. Irgendjemand schießt auf uns. Da hinten. Und im kleinen Berghang. Ja, ich geb schon Speerfeuer auf, Mann. Einer kommt von rechts. Oh, 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 oh. Er versteckt mich einfach, Mann. Ja, er liegt da oben noch, auf dem Berghang. Ich hab ihn nicht. Er ist dort auf dem kleinen Berghang, Alter. Er ist jetzt runter. Oh, oh, oh. Ja, Mann. Ich hab ihn. Oh, scheiße. Musst du runterspringen, Alter. Wollte er abhauen, Alter. Das Gericht, Gott, die Artillerie, Alter, mit dem neuen Wieser, gefällt mir übel. Ich glaub, da oben ist nicht einer. Doch nicht. Doch, da oben ist einer. Da ist nur ein Schwuchgerl da oben, Alter. Ich will den Tod haben. Da, nee. Wir gehen weiter hin. Auf zu B. Auf zu B. Ich dachte, du hast 2-8 ausgemacht. Ha! Oh! Er hat mich, er hat mich, er hat mich. Die gehen zurück, die ziehen sich zurück. Die ziehen sich zurück, Digga. Alter, wenn ich nachher mich wieder nicht im Spiel höre, dann dreh ich durch. Ich komm auf so'n Pferd, Alter. Kavalerie. Juhu! Das ist aber dein Medic-Ting nicht, gell? Alter. Das war einer von hinten, Alter. Alter, ich geb ihm den Headshot. Der hat 84 Schaden. Ja, jetzt wird's schwer. HERT! Gegen Tanki! Das ist hier ein bisschen Stellung, die Kratzer. Ich verstecke mich jetzt hinter dem Stein. Du bräuchst mal fast. Scheiße, Alter. Der hat mich voll, der hat mich ein Bullen. Das ist schon ein bisschen nice. Das ist schon ein bisschen nice, liebe Freunde. Ja, wir müssen uns schon mal zu acht vorrücken, Alter. Ja, gut. Ich kann wieder nichts zu dir. Schau mal, wie ich... Ich kann nicht! Das ist schon wieder richtig scheiße. Doch, jetzt kann ich. Jetzt, jetzt. Ich bin bei dir. Okay, ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Wir tuscheln, wir tuscheln, wir tuscheln, wir tuscheln. Von links... Ah! Ich habe ihn, ich habe ihn, habe ihn. Das ist mit dem Bayonet hat schon wieder nicht richtig geklappt, Mann. Wo ist der Panzer? Der war gerade ein Panzer. Versteck dich hinter den Stein, Alter. Wenn deiner kommt, snipen wir ihn weg, Alter. Ich knall hier gerade alles voll mit den First-Aids, Alter. Wo, wo, wo? Ich weiß nicht, irgendwo von... Ja, dann. Alter, was ist denn hier los, Junge? Also, die Waffe ist schwach. Es explodiert, nice. Gute Arbeit geleistet. Richtig gute Arbeit. Ich bin dann auf einer Killstreak, aber keine Muni mehr, fällt mir auf. Und hier liegt kein Toter. Scheiße, Alter. Ich wurde von rechts gerade amogeniert. Scheiße, jetzt habe ich Escape gedrückt. Oh, warte. Okay. Okay. Ich sehe kein Menü mehr. Haha. Okay. Okay, customize. Mal sehen, ob ich jetzt irgendein anderes Werk... Ah, ich kann das Factory... Das Factory nehme ich mal, Alter, Junge. Anstatt die... Anstatt die... 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 Die Automatik. Hä? Nimm doch das... Äh... Das Factory hast du ja schon am Anfang. Nee, nee. Das Ding, nee. Das 19... Das M1907 Factory habe ich jetzt. Statt das Automatik. Achso. Okay. Ich gucke mal da jetzt. Du bist der grüne Punkt, aber ich kann noch nicht zu dir hinjoinen, Alter. Ja, ich bin tot. Ich bin tot. Scheiße, 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 scheiße. Ich habe dieses Ragotti Artillery. Bin ich wieder am Leben. Das gefällt mir eigentlich sehr gut, Alter. Mit dem kann ich gut aimen. Oh, der Sturm ist da. Der Sturm ist da. Na toll, Alter. Wir haben nur noch 55 Kits für die Bomben Platz B, Mann. Oh, oh. Hier vorne ist eine... Alter. Ich wurde vom Heavy Tank. Naja, irgendwie habe ich jetzt zwischen dem Factory und dem Automatik oder so keinen Unterschied irgendwie mitgekriegt oder so. So, bist du am Leben? Nee, er ist nicht am Leben. Ich habe gerade drei Leute bei B ausge... Ja, Mann. Dankeschön fürs Pferd. Er ist direkt auf mich zugekommen. Ich habe ihn abgehört. Ja, ich komme mal bei B, helfen, Mann. Ja, ich komme. Ja. Nein, jetzt kommt das Enemy-Land-Chip, Mann. Und jetzt verlieren wir die Runde, Alpha. Als Angreifer ist Frost so einfach. Aber kein Bob-Checks, Alter, Mann. Dann... Jetzt nimmt einer mein Pferd, Alter. Na toll. Ja, ich kann bei dir joinen. Ja, die Runde ist verloren, Mann. Bin bei dir. Ja, keiner nimmt irgendwie auch den, 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 damit wir die Panzer zerstören. Keiner nimmt Panzerzerstörer, Alter. Okay, ich habe Kill-Assist bekommen. Wir verlieren einfach die Rush-Runde. Rush ist das Einfachste, was es gibt. Alter, wie der den verzieht, Jungs. Das ist der Wahnsinn, Alter. Wenn wir alle pushen würden, könnten wir locker einnehmen. Ich habe doch vorher selber... Alter. Boah, kannst du mich wiederbeleben? Ach so, warte. Ja, warte. Ja, oder ne? Einer pushed, du. Er ist gepusht, Alter, mal. Hat er dich auch? Ne, ne, ich habe nicht. Da kommt noch einer. Rechts, rechts. Jetzt ist er in der Mitte. Okay, warte, warte. Jetzt kann ich wieder nicht bei dir. Tatsächlich! Okay, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Bin low AP. Ja, ich komme, ich komme, ich komme. Lauf schon. Ich kann ihn nicht spotten, Alter. Alter, wieso... Ich drücke doch Q, wieso spottet ihr ihn nicht, Alter, mal. Er sitzt am Gewehrfeuer, am Schnellfeuergeschütz dort. Ach, nein, Alter. Und unser... Ja, das ist verloren. Mal schnell in diesem Rase-Modus gehen, Alter, ne? Dann nachher hast du aber einen Cooldown. Ja. Da war, glaube ich, noch einer. Nein, das ist verloren, Alter. Die Anni-Modus halten das echt gut, beziehungsweise unser Team ist lustig, Alter. Ach, ja, kämpfen sie. Ja. Von der Warte brauchen wir nicht hin. Von der Warte brauchen wir nicht hin. Wir müssen versuchen von der anderen Seite an. Ja, das ist der Tor verloren, Alter. Weil wir nicht... Weil keiner sich ein fucking Fahrzeug schnappen kann, einfach. Wir haben keine Fahrzeuge, wir kriegen keine Panzer bei dem Level. Ja, ist ja klar, dass wir verlieren. Wir haben nur noch 30 Tickets, das ist viel zu wenig. Das ist verloren. Silly Team einfach, ich hab 21, 6, Mann. Da ist ein fucking G-Schütze. Geht's mal schnell die Gasmaske auf. Da ist gar... Ich bin tot. Oben. Alter, genau. Oben da der Snap. Scheiße. Müssen wir jetzt auch mal einen Sniper holen. Komm, ich geh jetzt auch mal als Sniper. Oder ich nehm mal den Supporter, Alter, Alter, jetzt hier. Ist ja mal scheißegal, Alter. Support habe ich noch gar nicht gespielt. Spiel der sich, der. Boah, der hat ein fettes MG, Alter. Ich spiel jetzt auch Support, der, wo du es gerade sagst, Alter. Was sind denn drei? Was ist das verloren, Alter? Guck mal, wo unsere Teammates sind, Alter. Ich hab gleich... Oh, ich hab gleich ein anderes MG freigeschalten. Ich hab ein leichtes MG, 30 Schuss hat das nur. War ne schlechte Idee. Ja, das Landchip fickt uns halt so. Oh, da war ein Haus drin. Ich hab ihn nicht gleich gesehen, Alter. Scheiße. Jetzt kann ich bei dir joinen. Oh. Warte. Wenn du Lust hast... Du bist tot. Oh, Mann. Unser Team ist so schlecht. Weiß ich hab... Wir haben schon zweimal die Bombe B geblendet. Ich hab allein die Bombe B geblendet. Und keiner hat... Was ich nicht geblendet? Du hast sie scharf gemacht. Ja. Wir sind hier nicht bei Countess 3. Ich nehm nur noch 20 Tickets, Alter. Ich geh als Sniper an. Oh, ich wollte mich gerade duken, Alter. Und dann hat mich der Heavy tank. Ja, Alter. Wo spawn ich, bitte? Aber was kann denn der... Was ist denn hier zum Beispiel wieder... Das hault? Bullshit Team, Digga. Bullshit Team. Und dieser Spawnpoint ist schon allein schon Bullshit, Digga. Boah, ich bin schon wieder von dem Heavy tank, Alter. Hat dich auch erwischt. Ja, natürlich. Ah, Defeat. Mein Gott, ist unser Team schlecht. Also, man kann irgendwie sagen, was man will. Rush ist nicht mein Ding. Und ja, Rush, wenn du ein schlechtes Team hast, dann fickt es dich. Dann fickt es dich richtig. Obwohl wir am Anfang richtig gut gespielt haben, läuft es dann irgendwie immer hinaus, dass wir dann irgendwo doch trotzdem verlieren. Das ist irgendwo... Oh, siehst du die Katze, Alter? Bei mir lädt es noch. Bei mir lädt es noch. Hä? Wieso? Ach ja, jetzt kommt ja wieder die andere Runde. Jetzt müssen wir ja verteidigen, Alter. Jetzt müssen wir ja verteidigen. Geht da noch weiter. Best Medic. High Scorer. Speed Scorer, Alter. Gott. Boah. Go, 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 go. First Man. Nicht labern. Ich hab das schon kontinuiert. Ich mach hier ein paar Minen hin. Hey, wie kannst du schon? Bei mir startet die Runde erst in 12 Sekunden. Oder muss ich auf Previous Round klicken? Keine Ahnung. Ach nee, das sind nur Muni-Packs sind das. Okay, dann ist es 3 bestimmt. Hm? Genau. Jo. Jo, wahrscheinlich. Jetzt müssen wir verteidigen. Wir sind die Osmanen im Türken. Ich geh wieder als Medic rein, Alter. Ja, wir verlieren, deutlich. Wo sind wir überhaupt bei B? Ja, ich seh sie schon, Alter. Da kommen sie schon, die Ratten. Da kommen schon die Tanks, Alter. Ja, auf den Pferd, Mann. Also die exklusiven Dinger zieht von dir ja jeder, aber... Naja. Psst. Ach, das ist ja richtig scheiße, Alter. Achso, ich wurde von einem anderen gekült. Also der, 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 das Maschine wäre das irgendwie ganz komisch, Alter. Da bleib ich doch lieber mein Medic wieder, Alter, Alter. Was? Ich bleib lieber mit dem Medic, Alter, Mann. Defend order complete, lol. Nice. Das ist ein Pferd. Da kommt einer von... Nein, das ist unser Medic, Alter. Wo bist du denn? Ach, du bist da. Ich bin neben dir, Alter. Ich bin mit meinem Fagotti. Keine Ahnung, wo das gehört, Alter. Ich sehe ihn, in der Mitte. Ja, da im Graben. Ich habe ihn, ich habe ihn angespottet. Jetzt habe ich ihn getroffen. Oh, Kill Assist habe ich bekommen. Da, hinter dem Feuer sind sie, Alter. Unser Mate checkt gar nichts, Alter. Der Beteiligende ist ja echt gut. Aber bald gehen uns die Muni aus. Rechts. Rechts vom Kehrt. Scheiße. Da, er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch. Ich bin beim Nachladen gerade. Ja, er lebt noch, er guckt gerade. Jetzt guckt er nicht mehr. Ah, jetzt kann ich das Maschinengewehr nehmen. Jetzt sind der es. Ja, aber ich habe es gesehen. Die sind schon bei den anderen Ruinen, Alter. Die kommen, die pushen. Der Tank kommt. Wo, wo, wo? Von rechts. Der Tank schießt uns alles weg, Alter. Ist der Tank kaputt? Nein, der Tank ist. Nichts, Alter, ich habe halt keine Muni mehr. Wenn du stürbst, nehme ich mir erst mal deine Waffe. Bin ja schon wieder weg. Da ist ein Tank, nur zum Beispiel. Also ist mir egal. Bleib hier hinter der Mauer. Dann sieht er mich nicht. Du machst das, Alter. Ich sage, die anderen irgendwie pushen oder so. Guck mal, Alter. Die Sakraten haben auch was gecheckt, als wir angegriffen haben. Jetzt ist er vorbei. Er ist jetzt neben mir. Ja, ich check dieses scheiß Bomben-Ding. Kommst du da nicht, Alter. Weil, versteck dich jetzt einfach mal. Brecht, bricht'n Ding durch. Brechen alle rechts durch jetzt. Ich. Da auf der Straße kommt jetzt einer. Oh, 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 oh. Die brechen jetzt alle zu A durch. Diese chillt keiner bei A von uns. Der Pusht einfach jetzt da rein. Was ist mit A los? Ähm. Geh mal zu A, ich glaube, die pushen da gleich. Ich bin hinter dir. Ist doch keiner. Ach, hier kann man Transmiting Coordinates. Wir können da die Feinde orten. boah das ist geil jetzt hier mal bam es geht ja ab bam ich hab nen landchiff getroffen von rechts kommt dann alter geile animationen alle nachladen ja von links kommt nein das ist mir viel zu lang zum aller von links kommt das landchiff die wollen b die wollen sie wollen sich b ja ich kann gegen den tanker nix machen das mit der artillerie das dauert mir viel zu lang als ich weggehitzt und da ist genau die säule jetzt wurde ich vom heavy tank erwischt wie geil hinter uns ist einfach ein tank von uns feindlicher tank ja ja ich lebe noch ja er kommt für dich viel spaß hast du lebst noch natürlich ich will bei dir sparen wo ist er 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 wo die bete scheiße 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 dreh dich dreh dich dreh dich also ich kann nicht spawnen weil du da genau in den schitz bist ach wurde schon gefust alter ja man ich hab ihn gekriegt alter wie geil ist das recht warte kurz nachladen 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 coole animation coole animation wo waren sie wo waren sie wo waren sie halb rechts da ist er jo ok ich muss nachladen ganz rechts ja 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 ich hab ihn aber er steht da ja ich hab den behäkel ah ich hab den behäkel das sind ein short und links ja ja ah ich bin schon wieder links scheiße 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 brauche dich ich brauche dich jetzt ich kann nicht zu dir joinen die haben A eingenommen so ich geh mal hier zu unserem Dings wieder ja wir müssen vielleicht A ich hab die Bombe defused ja motherfucker mit 29 AP ich hab grad die Bombe defused im letzten Moment mit 29 AP alle diese kleinen mofos alle ja jetzt bin ich wieder in so einem halbtank drin alle A ist schon wieder ich glaub ich holen wir für rusten smoke grenades auf die glaub ich wir haben schon wieder A transmitting coordinates alle ja schick dich alle ja das gibt ihm leider keine Punkte leu wo bist du grad ich bin hier grad links bricht links bricht einer durch hab ihn hab ihn hab ihn hab ich hab ihn aber hier ist noch ein Sniper alter ja ja der hat sich gar getroffen nein links bricht immer noch einer durch da wird sich da durchschleichen ah wo 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 ah ich seh nicht wo er ist alter ach shit alter man ach da oben war der oh miese Hurensohn alter man er gibt mir auch einen shot aller was ist das wir haben gewonnen wir haben gewonnen wir haben gewonnen alle außer die machen jetzt A D to 10 yeah victory 0 zu 10 alter das haben wir mal richtig geil das ist es halt entweder hat man ein richtig gutes Team oder man hat ein richtig schlechtes Team und jetzt sehen wir end of the round oh du bist sogar der Highscorer dicke alter man oh eben stand das dort alter man nee doch nicht doch nicht mehr aber eben grad warst du bei mir in den Dings wir gucken jetzt mal im Squad wir sind bei dem Squad oh ja sehr geil 9 kills 8 mal gestorben ja personal gucken wir mal meine kills waren 5 meine KD ist 1,0 ja und gucken wir mal auf dem Scoreboard wo wir da sind du bist auf Platz 4 ich bin auf Platz 7 kann man auf jeden Fall mal so stehen lassen okay das war jetzt mal unsere erste Runde ähm Rush auf der Map Sina Desert und äh in der nächsten Folge spielen wir auf jeden Fall mal Capture the Flag das macht viel mehr Spaß also bis dahin liebe Zockerfreunde und und haut rein und haut rein Untertitelung des ZDF, 2020